einen wunderschönen donnerstag abend und herzlich willkommen zur folge dead by daylight der kreer ist auch mit dabei der ist neben mir hallo bär hallo juli bär da haben uns gedacht reparieren wir doch einfach mal zusammen diesen generator hier ich hoffe dass einer von den anderen einen obsession park hat weil und tschüss dankenschwester hi hi jogi muss los sie ist verwirrt ich bin hinter ihr ich weiß jetzt nicht warum du sie zu mir wieder einen gen bringen musste ich musste einmal um das ganze rumlaufen das war wichtig von hier oben beobachten wir das ganze so was nur dass dein leite du wirst erstmal genau werdet ne leid habe ich nicht so fertig und hätte ich unten rechts ein symbol also sein leid ist nicht auf mir okay dass irgendeiner der survivor was hat das könnte natürlich so ich weiß auch nicht ob sie vielleicht rancor hat oder so ist dass der heck von dem russen sagst du was rennt der andere hier rum was los bei dem macht du mal weg ich renne einfach ein bisschen durch die gegend der andere brennt ja auch die studien ich habe nur gerade das erst mal ein fähigkeitscheck bekommen am gen aber irgendwie bekomme ich generell keine gerade jetzt kommt wieder einer der war nicht sehr gut der war nicht sehr gut er war sehr gut er ist im haus übrigens hier schrusse ok länger konnte ich nicht okay das hat jetzt relativ lange die andere oder das tauschen wenn zwei leute an einem gen so stimmt dass das vom liedchen ist das nun ja genau weil sie ist relativ zielstrebig in eure richtung gegangen okay mich abhängen sie kommt doch du idiot aber das power time okay ich renne weg er wird ganz schön halbisch und sie lässt mich in ruhe das ist eine faire nur das ist doch eine gute sache hier wer immer du bist heimlich mal muss ich kein medikett nutzen heimlich endlich kann ich jemanden heilen diesmal der krieger nicht vor mir weg ah ich kann immer noch weglaufen nein nein du bleibst da wir nehmen dich im sandwich gerade hast du gesagt ach so ruin weiß nur dass es gibt ja ich weiß ich habe noch nicht gesehen genau ich habe ein totem habe ich zerstört wo jetzt noch eins aber auch nicht das brennende egal ich mache es trotzdem kaputt du siehst mich nicht nur ein bisschen zerstörung was gibt es eigentlich mittlerweile für die verfluchten 1500 1500 und 1000 für die nicht brennende und das ist richtig wenn es das das wusste ich dass da ein tausender gibt aber ich habe seitdem noch nicht gesehen wie ein verfluchtes kaputt gemacht wurde ich gehe direkt in den passen verkackt den ruin aber ich gehe ihn retten lass mich retten gehen ich muss leute ich muss ich muss auch noch ich muss noch heim und ich habe mal wieder so dumme kuh am arsch aber kein ding ich hätte ihn dann kannst du nachher ich hätte ihn doch nicht ich habe gar keinen self care sehe ich gerade ich auch nicht aber ich habe einen arctis koffer dabei wenn du weg von ihm rennst gehe ich in die oder auch nicht der wende ist schon wie soll ich denn so leute retten so mal gucken ob sie erstes calling hat da wurde der russer direkt wieder umgeboxt wobei welche länder haben noch so eine sprache ukraine weiß russland ukrain hat glaube ich auch kyrillisch ich meine ich hätte hier hinten sogar ein totem gesehen ich weiß nur nicht ob es gebrannt hat auf jeden fall ist da eine kiste meines ist jetzt auch schon durch also ich würde auch ein neues da ist er direkt neben uns umgefallen das kommt jetzt nicht so geil das hat eine lampe wenn ich damit umgehen könnte ja ich habe ihn gefunden sehr gut sehr gut du willst retten ja soll die man den jen fertig machen und dann die du retten mache ich ruin zeitgleich weg ich mache eine russen rettung und jetzt naja ich bin lieber die am ruin ok hallo ja ja komm du mal mit mir mit das hat perfekt funktioniert ich liege in der palette ich liege in der palette ja aber das interessiert sie nicht sie hebt mich trotzdem auf und jetzt baumel ich baumel 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 gut tschüss ab zum chat man merkt jetzt nicht nicht direkt jetzt dass das ist jetzt keine gute sache ja sie hat bauert zu haben zumindest hat es die bei mir bauert zu haben ok wir stehen wir können heilen wieso rennst du denn direkt immer so weit weg ich habe angst ja ich hatte große angst ganz große angst also den musste ich meinen sprint boost nutzen ne eben nicht die hat den jen nicht ausgemacht interessant äh oh hier wird schon wieder rum geschrien ich hab so ein bisschen angst jo machst du den tod zum kaputt habe ich gerade gemacht ja hinter dem und ich habe das gehört und irgendwo ist auch ein gen der fast fertig ist also neben dem haken wo der andere eben wurde gerade eben gemacht glaube ich ach so ja stimmt da wurde ja was gemacht ja das ist ja hier ganz entspannt mach mal nicht fertig lass uns erst den typen hinter uns fallen oder doch nicht sie kommt ok vielleicht kannst du sie retten ja sie trägt sie aber aber ich hoffe dass sie sie liegen lässt dann gehe ich direkt zur nächsten gen ja ich stehe hier schon daneben da ja jetzt ist der andere ist auch hier ja wie weit ist seiner gerade angefangen dann kommt ein bisschen weiter nach rechts jetzt links in der hütte nein nein deswegen sagte ich links jetzt gerade auf wohin läufst du denn jetzt gerade gerade aus ne du hast davor hast du in meine richtung geguckt dann gehst du ins haus rein meinst du denn da hin sag doch das sie kommt ja sie tritt da rein ja jetzt kommt sie rüber ja wir hätten zeit geschafft du bist halt kein navi das muss man ja schon sagen ja wenn du nicht zuhörst wenn ich sagt links du kriegst dich nach rechts ist in die hütte rein ich lasse mir nur was von der frauenstimme soll ja nun schon gerne in jen sie kommt wieder zu dir ich habe angetippt sie muss wieder treten wieder wenn man sich geheilt hast doch schon mal gott das ist nur die frage wo ist der dritte denn weil die zwei sind ja echt durchaus kontraproduktiv ich ziehe sie jetzt weg damit ihr diesen scheiß gen endlich machen könnt macht das tippt 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 mak bremmen sie jetzt nicht mit hier nein ne isch bei mir Okay Jen ist fertig in drei zwei eins jetzt Danke weil es sind beide ausgangstore auf der seite ja und auch einfach direkt nebeneinander ist machbar ich ziehe sie jetzt von dem einen zum anderen okay wir sind aktuell beim rechten von den beiden sie hat mich verloren sie teleportiert sich zum anderen tun das problem ist halt sie ist eine nurse und die gen die tore sind so nah beieinander 3 links sind jetzt parallel ans andere tor ist dreiviertel offen sie ist da kein neues ist schon mal gut das ist echt gut sie ist zurück zu dir das ist toll so offen auf meins auch fast offen okay denn durch ich gehe raus ich muss hier weg kriechen wirklich auf den weg nee ich hänge erst zum zweiten mal okay also er hat mich einfach auf den letzten 50 cm bekommen hätte mich eine sekunde später niedergeschlagen wäre ich einfach in das ding reingefallen und lauf freiheit hat aber schön gemacht das war mal eine schöne runde das war knapp hinten raus und ich habe meine gelehrte meck bekommen und mein retter ritual abgeschlossen ich muss sagen vielen dank fürs zusehen am samstag kommen die killer folge vielleicht auch mal bei mir also schaut beim kreieren auf jeden fall rein da wird auf jeden fall eine kommen bei mir ja wie gesagt ich denke ich denke mal dran und ansonsten dienstag geht es weiter mit überleben 18 uhr haut rein habt eine gute zeit und bleibt gesund Bye-bye. Tschüss.